Wir sind heute hier bei dem Play 14 Festival mit dem Marvin, ich bin der Igor, also wir testen heute mal Nidhogg, ein cooles Spiel, wir spielen das hier 101, ja darauf freue ich mich schon, die Map heißt Karsten, ich hoffe es wird euch Spaß machen, ey Junge, du beginnst mit deinem Ernst, so wie gefällt dir das, ja also, das Spiel ist sehr interessant, ja, klingt gut, nein, allgemein so, die Messe ist eigentlich schon ganz cool, besucht die mal, also für meinen Zuschauer hier, für meinen Fans, ihr könntet die auch nächstes Jahr zum Beispiel besuchen, hier gibt es viele Workshops, auch eine Ausstellung, die ich glaube ich hier, also sie ist echt gescheit, also eine gescheite Ausstellung würde ich mal so sagen, also unser Spielziel ist so, wir spielen Best of Five, wer zuerst, äh, ja, fünfmal gewonnen hat, doch, so tun wir es, was ich sagen ist, das Gesetz, ey, guck mal, guck mal, Leute, ihr lenkt mich ab, also, ja, also, das könnt ihr gern mit eurem Rollenspiel, es macht sehr viel Spaß, das Ziel ist, das Ziel ist, bis zum Ende zu laufen, also, hier, Marvin muss nach, von meiner Seite aus nach rechts laufen und ich muss halt nach links laufen, jetzt hat er gewonnen, und am Ende lässt man sich halt von dem Wurm da fressen, von dem Wurm da fressen, ja, ich glaube, das ist der Nidhogg, ne? Ja, ich glaube auch, ja. Also, ja, also bei dieser Messe gibt es halt viele Workshops, bauen, wir sind hier beim Let's Play Workshop, das ist unser erstes hier im Let's Play, ähm, was gibt es denn in der Situation, ja, wie möchtest du, also, das Festival ist eigentlich schon ganz präzise, ganz cool, so, mhm, Marvin, hast du wieder was erzählen? Ähm, ähm, ne, also, ich finde, Nidhogg, das Spiel, macht zu zweit, ähm, sehr viel Spaß, weil man sich halt immer gegeneinander, also, es ist halt ne Herausforderung, immer gegeneinander, weil es immer besser ist, und, ich finde, es hat auch ne Langzeitmitglation, weil man sich ja auch immer verbessert, und, deswegen, finde ich das, wenn man das zu zweit spielt und so nebeneinander sitzt, finde ich das Spiel, ey. So, noch was zu sagen, zu Info, er ist der Typ, der ist immer gelb. Ernst, Mann, ganz perfekt. Komm mal. So. Oh. Ja, also, das Spiel ist, glaube ich, für die meisten Personen. Es ist eigentlich ein Spiel für alle Leute, also, ab zehn, so sagen, ab zwölf. Ich glaube, das sind dann, es macht sehr Spaß, wenn ihr das zum Beispiel mit eurem Rollen spielt. Das ist halt halt so. Hm, Versus. Spiel. Mann. Mann, Leute, ey. Er hat fünfmal hintereinander gewonnen. Das ist kein Bock mehr. Warte. Ich muss eine Runde gewinnen, okay? Bitte lass mich einmal gewinnen. Also, wir machen mal beim nächsten Part weiter. Ich sag dir mal, tschüss, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal bei eurem Igor. Also, ich gehe mal drauf. Ich gehe mal auf. Oh, ja, ich gattere. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Vielen Dank.